Während die Matrosen erschreckt nach ihren Rudern griffen, um das Boot zurück und aus dem Bereich der Gefahr zu werfen, hob sich seine Harpune. Und noch war der Leviathan der Tiefe nicht wieder verschwunden, als auch schon das Eisen ausflog und sich tief in dessen Weichen bohrte. Ruder ein, segel nieder! Wie eine Schlange glitt er zurück, während der junge Harpunier, der seine erste Reise in diese Eigenschaft machte, voreiferzitternd nach vorn sprang und die schon bereit liegende Lanze aufgriff. Vor ihnen her flog jetzt der erste Harpunier mit seinem Boot, denn der Fisch hatte die Leine und zog an und ihr Gefangener schien die nämliche Richtung nehmen zu wollen, die Leine glitt mit Blitzesschnelle aus. Die Leute mussten die Ruder wieder aufnehmen, um ihm ein wenig zu folgen und das Boot in der Richtung zu halten. Jetzt plötzlich tat es einen Ruck, die Harpune hielt, und fort ging es, dass die Gischt hoch am Bug empor schäumte, hinter dem gefangenen Ungeheuer her, gerade dem anderen Boot nach. Riefen sie aber schneller als dieses? Rasch näherten sie sich ihm, und als sie vorüberflogen, wie von einer Dampfmaschine getrieben, hörten sie nur noch, dass der alte Harpunier darin fluchte und wetterte und seinen Leuten befahl, die Leine einzuholen. Die Harpune musste aus dem Speck gerissen sein, und der Fisch war jedenfalls freigekommen. Sie hatten aber natürlich keine Zeit, sich damit aufzuhalten. Im Schlepptau des Wals flogen sie nur so über die wenig bewegte See, immer genau ein und dieselbe Richtung einhaltend, gen Osten zu. Übrigens sahen sie, dass eins der Boote, es war das des zweiten Harpuniers, sich gewendet hatte und mit vollem Segel hinter ihnen dreinkam, um ihnen vielleicht den Fisch sichern zu helfen, denn der erste Harpunier hatte noch eine ganze Weile damit zu tun, um seine Harpune wieder an Bord zu holen.